Ein fröhliches Hallo zurück bei Sherlock Holmes. Tja, jetzt ist der Gastwirt dran. Dem hauen wir jetzt eins auf die Nase. Oh, hier, erkennen Sie diesen Manschettenknopf? Ja, Sir, den sehe ich nicht zum ersten Mal. Gehört einem Kerl namens Blackwood. Och. Und wer genau ist dieser Mr. Blackwood? Ein riesiger Angeber. Das ist er, aufgeblasen wie ein Rugbyball. Sehen Sie sich den Tiger da über der Tür an? Wo ist er? Sehe ich nicht. Den habe ich selbst erledigt, damals in Indien. Blackwood kann keine fünf Minuten im selben Raum sein wie das Ding. Ohne mir zu erzählen, wie saumäßig der Kopf doch ausgestopft ist, hält sich selbst für den größten Tierpräparator weit und breit. Haben Sie eine Idee, wo wir diesen Herrn antreffen könnten? Nun, das ist schwierig. Keine Ahnung, wo er lebt. Aber wenn Sie einen Eindruck von seiner Arbeit bekommen möchten, dann gehen Sie doch einfach mal zu Bradleys Tabakladen. Ein paar Häuser westlich von hier. Der Inhaber ist ein Freund von mir. Da hängt so ein Elch. Ja, ich glaube, der hat den im letzten Urlaub erlegt und von Blackwood präparieren lassen. Ich habe ihn mir angesehen, also ich weiß nicht, womit Blackwood immer so angibt, mein Tiger ist zehnmal besser gemacht. Das stimmt wohl. War das schon eine Information, die wir haben wollten? Nee, ne? Die wollten wir noch nicht haben. Wir wollten noch irgendetwas über diesen Pomaden-Typen haben. Nun, sind Sie bereit für unser kleines Spielchen? Sehr wohl, sollen wir beginnen? Aber bitte doch. So, jetzt geht es gegen Tom, den Barkeeper. Keeper. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. Das sieht schon mal schlecht aus. Ah, das ist nicht so gut. Ah, immer noch zu hoch. Aber eben haben wir 20, 20, 20, 60. Ist eigentlich zu wenig, ne? Weil, wenn wir ins Bullseye... Ist egal. Komm, wir versuchen es einfach mal. So, wie er macht, ne? So, drei sind 150 Punkte. Genau. So, jetzt hat er schon viel mehr Punkte als ich. Und das ist das, was ich meinte. Wir müssen die 60, wir müssen einfach diese 50 schlagen. Aber wenn das jetzt so weitergeht, dann sieht es übel aus. Was, wenn wir nur noch einen Punkt. Jetzt habe ich die 60. Jetzt habe ich wieder die 60. Ah, sieht ganz gut aus. 120, 151. Aber man darf sich nicht von den Punkten so blenden lassen. Ein schöner Animationssound wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ach, was mache ich denn? Können wir mal 250 versuchen. Scheiße. Ach man, was ist denn jetzt los? Ach, Scheibenmist. So, 59 Punkte. Er hat 25, noch 34. Die haut er jetzt hier rein, ne? Der, ja. Das kriegt er auch hin, die 17. Na ja, gut. So. Ach, das geht. No. 29 Punkte. Ich kack ab, ey. Ach Gott. Jetzt, wenn man nicht hier haben will, dann kriegt man das. Aber gut, der Tom ist sehr fair. Hat nämlich auch zu viele Punkte. Mal gucken, ob wir nochmal das Bullseye kriegen. Scheibenkleister. 43. Waren wir die 20. Ah. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Nein. Zu hoch. Zu hoch. Na gut, jetzt wird er gewinnen. Genau. Tom gewinnt diese erste Runde. Aber wir lassen nichts verzagen. Wir werden ihn nochmal fragen. Das reimt sich sogar. Sie verschwenden bloß ihre Zeit, wenn sie mich fragen. Aber von mir aus. Ich bin noch der Dartkönig von Mallorca. Das ist zu wenig. Ach, Mann. Der ist aber auch sehr pingelig, muss ich sagen. Mit seinen Scheiß-Einpunkten hier. So, sein klassischer Wurf. 150 Punkte am Anfang. Nee, nicht ganz. Diesmal nur 125. Ah. Scheibenkleister. Scheiße. Ah, Schitte. Ja, das, äh, diese Runde ist wirklich ganz übel. Vielleicht sollte ich auch einfach auf die Mitte schießen. Ist vielleicht besser. So. Nee, das klappt irgendwie nicht. Ach, verdammt. Ja gut, es sind mehr als 60 Punkte, ne? Die 75. Aber, wie gesagt, ich habe es früher mehrmals gespielt und hatte immer gute Erfahrungen mit den 60ern. Ah ja, jetzt macht er die 21. Ach nee. Da hat er sich vertan, wa? Der gute Herr. Scheiße. Verdammt. Oh. Gut, sehr gut. 50. Jetzt machen wir die nochmal, die 50, bitte. Sehr schön. Jetzt haben wir noch 58 Punkte, aber, ach komm, siehste. Jetzt hat er noch 38 und die versucht er. Der 19 doppelt. Oh, das ist aber knapp jetzt. Mist. Mit dreimal die 11, das kriege ich niemals hin. So, die 8, wo ist die? Ach, shit, die ist da. Mist, bitte, bitte. Scheiße. Verdammt nochmal. Das war aber ganz knapp. Ach, nee. 19, genau. Ja, ja. Super. Tom gewinnt diese zweite Runde. 2 zu 0 für den Gastwirt. Ist das nicht der Eigentümer sogar? Äh, genau. Eine Runde, bitte. Ja, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Technik wir echt bleiben sollten. 50 oder? Ich versuche mal die 55 noch zu erreichen. Gut, man sollte sie natürlich auch kriegen, ne? Tom, ansonsten sieht das halt sehr schlecht aus. Na ja, immerhin 100 Punkte. Das ist mehr als 60. Also 3 mal 20 natürlich. Oh. Hier, Tom ist aber heute schlecht, oder? Was ist los mit dir, Tom? Hast du einen zu viel gesoffen? Mist. Sherlock Holmes hat auch zu viel gesoffen. Yeah. Ah. Aber immerhin 25 Punkte. Das ist vielleicht doch die bessere Taktik. Zumindest am Anfang, um ein bisschen Punkte zu kriegen. Aber wie gesagt, früher fand ich das echt gut. Und hab immer auf die 60. Das war schon, war schon, war schon, war schon besser. Eigentlich. Na. 25. 50. 13. Wo ist die? Da ist die 13. Die 6 haben wir da. Hm. Soll nicht durch 3 teilen bei die 26. Tja, shit. Was machen wir denn jetzt? Ah, ja gut. Und die 1 ist auch immer super. Ey. Ich könnte kotzen. Aber 25 ist eine schöne Zahl. Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? In die Mitte und ein bisschen drüber. Bitte, 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 bitte. 1 Punkt. Ich könnte kotzen, oder? Der will mich doch hier veräppeln. Der will mich doch veräppeln hier. Also, jetzt reicht es mir. 19 Punkte. Da sind sie. Wir machen sie. Hoffentlich machen wir sie. Ungefähr da. Und ungefähr hier. Scheiße. Verdammt nochmal, Mensch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ich könnte heulen. Ja, das hätte ich echt gewinnen können. Ja. Ich hab's euch gesagt. Das dauert länger. Aber jetzt bin ich schon echt sauer, ne? Das hätte eigentlich besser laufen müssen. Naja, immerhin 50. 82 Punkte ist eigentlich übel. Ach, nee. Ja, komm. Ist gut. Ist aber auch wirklich schwierig, ne? Weil irgendwie... Ich hab den Eindruck, das einzige, was wirklich kalibriert ist, sind die zwei roten Punkte. Also, die zwei roten Mittelfeile. Ansonsten dachte ich immer, dass das das komplette Spielfeld abdeckt. Aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Naja. Ist auch egal. Irgendwann haben wir's. Und heute haben wir ja genug Zeit, würde ich sagen. So. Und nochmal die 100. Ach, Mist. Ach, verdammt. So. Noch 19 Punkte. Das wird diese sehr knappe Kiste wieder mal. Oh, oh. Scheibenklasse. Das kann nicht wahr sein. Der trifft die 3x11. Ich pack es nicht, ich pack es nicht, ich pack es nicht, ich pack es nicht. Gut. Und wieder eine Runde verloren gegen den Barkeeper. Wenn ich das hier durch habe in HD, dann werde ich das Spiel, glaube ich, nie wieder spielen. Vielleicht guckst du vor meiner Pension oder Rente oder wie doch es immer heißt da am Ende des Lebens. Am Ende des Arbeitslebens. Wenn ich jetzt nochmal eine Runde spielen, aber ich habe echt die Schnauze voll von diesem Spiel. Wirklich. Nicht bei aller Liebe. Ah, Mann. Scheiße. Verdammter Kack, Mann. Kann es nicht irgendwie abbrechen? Ne, leider nicht. Kann man nicht beschleunigen oder so, ne? Wenn wenigstens noch so ein schöner Ton dabei werden. So ein... Irgendwie sowas. Aber... Was soll es? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Außer mit Sherlock Holmes hier ein paar blöde Dartpfeile zu schießen. Naja, komm. Jetzt sind wir in die Mitte. Ah, das kann doch echt nicht wahr sein. Aber da sollte ich doch tatsächlich echt beim Bullseye bleiben, weil die 60... Ich weiß nicht, ich kriege die irgendwie nicht mehr so gut hin wie früher. Dann ist er noch so knickerig. Dann gibt man einfach nicht die 60. So, jetzt macht er ein 100 und dann ein 7, ne, Freundchen? Ja, ist klar, Tom. Ist klar, Freundchen. Wo ist die 7? Da unten links. Na, das schafft er nicht. Ist ja eigentlich blöd. Scheibenkleister, Mann. Ah, Mist. Ja, Gott. Jetzt macht er wieder seine 100 Punkte. Ne, 25. Aber trotzdem... Noch 57 Punkte. Ja. 41. Theoretisch, ne? So, haben wir schon mal die 1. Jetzt noch zweimal die 20. Nein, das gibt's nicht. Doch, 20. Scheiße, ich bin so aufgeregt, ey. Aber auch wirklich Glück gehabt, weil Tom es eben verkackt hat. Ha, ha. Und nun, Mr. Taggart, darf ich Sie an Ihr Versprechen erinnern? Ich suche einen jungen Mann, etwa 17 Jahre alt, gut gebaut und intelligent. Soweit ich gehört habe, soll er öfters hier einkehren. Ah, Sie spielen wirklich ausgezeichnet, Sir, und ich will mein Versprechen halten. Ich glaube, der Mann, den Sie suchen, arbeitet in einer Drogerie auf der Heddington Street. Es könnte sich als lohnend erweisen, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ich danke Ihnen, Sir, sowohl für die Information, als auch für das interessante Spiel. Ja, Musik ist auch zu Ende. Dr. Watson, kommen Sie mit. Wir müssen in die Heddington Street, oder so ungefähr heißt die Straße. Ja, das Mädchen ist immer noch da. Da ist die Pharmazie. Apotheke Heddington Street, sehr schön. Also Drogerie, Apotheke, ist ja schon ein Unterschied, ne? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ja, das ist der gute Mann hier. Der Apotheker, ach, der nervt, ne? Rezeptbuch, Stiftehalter, ach, wir gucken hier uns alles mal an. Die Kasse erstmal. Auf einem Eichenständer liegt aufgeschlagen das Kassenbuch, nur die Produkte und ihre Preise sind darin vermerkt. Der Inhalt halb offen. Eine Schublade darunter besteht... Na Mann, was ist denn los? Besteht zu zweit? Übrigens ein Teil aus Luft und etwas Kleingeld. Mhm. Stifthalter, auch der sieht ja nett aus. Komisch, da geht der hin, aber zur Kasse kann er von da hinten sehen. Eine Keramiktaste, in dem äußeren Anschein nach früher mal ein Rasierpinsel beherbergte. Heute bildet sie die Heimat für einen abgebrochenen Bleistift und ein paar Polsterer Messer. Okay, ich weiß keiner, was das ist. Ein Zwei-Penny-Notizheft, in dem eine zittrige Handschrift auf jede Seite das Wort Rezepte geschrieben hat. Dieselbe Unsicherheit hatte darunter die Medizinen, Schlafmittelchen, Magenpulver und ähnliche Heilmittel vermerkt, die für die Kundschaft gemischt wurden. Ist der so arm dran, der Apotheke, oder was? Ein eingravierter Stempel auf der Apotheker war geinformiert, den Betrachter, dass dieses Präzensionsinstrument aus massivem Messing 1852 in Prag bei der renommierten Firma Kafka & Sohn hergestellt wurde. Kafka & Sohn. Ich weiß nicht, was es ist hier. Zubereitungs-Stickle. Auf dieser glatten, leicht zu reinigen Platte aus rot geädertem, oh Gott, mein Gott, Kararomarmor, kenne ich gar nicht, Kararamarmor, bereitet der Apotheker seine Rezepturen zu Zeltpillen ab oder teilt größere Pulverhäufchen in kleinere auf. Eine feine Schicht weißes Puder, aha, auf der Oberfläche zeigt, dass der Apotheker, entweder gerade damit gearbeitet hat oder aber, dass man über seine Vorstellung von Reinigkeit mal mit ihm reden sollte. Definitiv, was ist denn das für ein Pulver? Eine genaue Untersuchung und eine kurze Riechprobe entlarvenes Pulver als gewöhnliches Badetalkum, das zur Parfümerierung mit Lorbeessenz versetzt wurde. Oh, ich bin so müde, tut leid. So. Moment. Ah, die Wanduhr. Wie viele kleinere Geschäfte, so bietet auch dieses eine Wanduhr als Serviceleistung für die Kundschaft. Och, das war wirklich früher gut und heutzutage vermisse ich das auch teilweise schon an den Kirchen oder sonst irgendwo, weil ich habe hierbei keine Armanduhr. Allerdings dürfte der Service eher aus dem optischen Genuss bestehen, außer aus einer genauen Information, denn der einzig verbindende Zeiger der Uhr bewegt sich nicht. Oh, wie geil ist das denn? Ich sehe aber eigentlich zwei Zeiger hier, ne? Halb elf. So, die Vorräte. Eine recht vollständige Sammlung von Pasten, Pillen, Pudern, Tabletten und Drogen nimmt fast die gesamte Wand ein. Kurz gesagt, das komplette Arsenal einer gut ausgerüsten Apotheke. Naja, immerhin ist die gut ausgerüstet. Die Ladentheke wird hell erleuchtet von drei gasbetriebenen Leuchtern. Die geblasenen Glaskolben sind handgemacht und von ungewöhnlicher Eleganz für einen Geschäftsraum. Aha. Also ist natürlich schon so ein bisschen bläulich, dass Rot und Gelb, denke ich mal, ist von der Kerze. Und ich sehe gerade, die sind alle gleich animiert. Das heißt, man hat den einen Sprite einfach dreimal reinkopiert. Ist aber schon in Ordnung. So. Die Türglocke. Das gibt es gar nicht. Der Holmes hat für jedes Objekt eine riesenlange Erklärung. Eine Messingglocke, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat, ist an der Ladentüre anmontiert. Sie würde wohl jedes Mal läuten, sobald jemand den Laden betritt, wenn der Klöppel nicht entfernt wurde oder einfach abgefallen wäre. Schade. Mach die Tür. Bleikristall in hülserem Rahmen erscheint vielleicht etwas aufwendig für einen ansonsten eher bescheidenen Laden. Aber so war vor etwa 50 Jahren nun einmal die Mode, die Tür führt zur Straße hinaus. So, jetzt kannst du dann endlich mal mit dem Apotheker... Also eigentlich will ich mit dem gar nicht reden. Ich will ja mit dem Jungen reden, hat der Typ ja gesagt. Ein kräftig gebauter Kerl von 16 oder 17 Jahren mit intelligenten Augen und einem wachen Blick. Er staubt das Inventar ab. Seine Straßenkleidung lässt den Schluss zu, dass er nicht offiziell als Lehrling hier angestellt ist. Ah, okay. Ist aber schade. Oh, er motzt sogar. Jetzt hören wir auf, hier rum zu motzen. Mein Kompliment, Sir, mit ihr zu ihrem herrlichen Geschäft. Alles im traditionellen Stil und die Ware so eindrucksvoll ausgestellt. Vielen Dank, Sir, sehr freundlich von Ihnen. Es ist alles noch so wie zur Lebzeit meines Vaters. Die gute alte Art, Sachen zu tun, einfach nicht zu verbessern. Nicht wahr? Es ändert sich auch eigentlich nicht so wirklich. Sieht total anders aus hier irgendwie. Naja, gut. Die Leute brauchen immer noch die gleichen Sachen, vom Arsen bis zum Zinkoxid. Ich habe alles da, womit kann ich Ihnen dienen. Ich habe schon den Grund zur Annahme, dass Ihr Lieferjunge hier, der Typ da, der da steht und alles auspinselt, bei meiner Untersuchung behilflich sein könnte. Das mag er sein, aber, wie Sie sehen, ist er gerade beschäftigt. Und ich zahle Ihnen schließlich nicht dafür, dass er mit Kunden plaudert oder mit irgendwelchen Leuten von der Straße. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich kurz mit Ihrem Lieferjungen reden? Es dauert wirklich nur einen kurzen Moment. Zeit ist Geld, wie man so schön sagt. Und wir sind im Moment sehr beschäftigt mit unserer Inventur und dem ganzen Kram. Ein andermal wäre entschieden günstiger. Guten Tag. Okay. Könnte ich bitte eine kleine Flasche von Professor Whitcoms Katar-Rapsetur haben? Selbstverständlich, Sir. Haben wir gleich hier unter der Theke. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ist ja natürlich ärgerlich. Ähm, hier. Dürfte ich Sie auch noch um ein wenig von Landstones berühmten Leber-Edex hier bitten? Selbstverständlich, mein Herr. Genau das Richtige, um die alte müde Leberhüt auf Trab zu bringen. Magen, das könnte ich leider so schnell gar nicht lesen. Oh, meinem Magen geht es nicht besonders gut in letzter Zeit. Oh, ein wenig von vernetzlindernder Mischung sollte da wohl mitmachen, oder? Oh. Exzellente Wahl, Sir. Für einen nervösen Magen gibt es nichts Besseres als dieses Medikament. Da ist die Frage, wie viel wir jetzt hier noch besprechen müssen. Vielleicht frage ich mal Dr. Watson. Vielleicht hat er irgendwas, weiß der, was wir hier mischen können. Glauben Sie, dass es der Mann ist, den wir suchen? Er sieht eher nervös und intelligent aus, Sir. Ich finde, seine Verbindung zu unserem Fall, falls es eine gibt, ist mir ein Rätsel. Tja, der Typ irgendwie, der hilft überhaupt nicht. Oh, bei diesem Wetter neige ich zu Heiserkeit und Reizhusten. Führen Sie Bechamstabletten. Also, die könnte ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen, weil ich habe mich auch Halsschmerzen. Aber natürlich, mein Herr, hat er alles unter dem Ladentheke, ey. Der regt mich auf, der Typ. Naja, solange Sie wollen, gerne. Nur kann ich mir nicht vorstellen, wie er Ihnen helfen könnte. Er ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Nicht wie die meisten Jungs heutzutage. Richard, komm doch mal kurz runter und sprich mit diesem Herrn. Ach so. Ich dachte, der müsste irgendwie weggehen oder so. Aber das war jetzt aber einfach. Und ich breche mir hier einen ab. So, jetzt reden wir mal mit dem Richard. Richard, würdest du uns etwas über dein Interesse an der Schauspielerin Sarah Carroway erzählen? Tut mir leid, von wem sprechen sie? Kennst du einen Gastwirt namens Taggart? Was ist ein Gastwirt? Ein Gastwirt, und du nicht so, als ob du das nicht wüsstest, bewirtet Gäste und zwar in einem Pub oder einer Gaststätte. Und spiel hier nicht in Idioten, das steht hier nicht. Danke, Watson. Nein, 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 ich kenne wirklich keinen Taggart-Gastwirt oder nicht. Bringst du denn manchmal Bestellungen in die Gegend von Covent Garden? Ja, sicher, so, jeden Tag. Dann kennst du doch einen Pub namens Moongate. Ja, das heißt nein, also ich kenne diesen Namen der Pubs dort. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon mal näher, Junge. Hast du schon einmal ein Mädchen namens Leslie getroffen, das vor dem Moongate-Pub Blumen verkauft? Ja, aber ich war noch nie in diesem Pub. Ich mag keinen Bang-Drummant-Lager. Also, du bist entweder ein Narr, Richard, oder du hältst mich für einen. Sag mir die Wahrheit und ich kann dir vielleicht helfen. Du stehst immerhin in Verbindung mit einem sehr schweren Verbrechen. Ich sage doch die Wahrheit, ich weiß wirklich nichts Wichtiges über Miss Carraway. Das kann eigentlich nicht sein. Versuch es nicht mit Haarspaltereien, Richard. Miss Carraway ist brutal ermordet worden und du hast vor kurzem nach ihr gefragt. Sag uns, in welcher Beziehung du zu ihr standest. Was? Ermordet? Ich hatte doch nicht einmal die Chance, mit ihr zu reden. Ich wollte sie schon immer heiraten. Und seit ich sie in Love's Label Lost gesehen habe. Ach, ich war verrückt nach ihr. Ich wollte wissen, wo sie lebt. Ich wollte alles über sie wissen. Und jetzt ist sie tot. Ich werde nie wieder einen anderen lieben können. Das tut mir aufrichtig leid, Richard. Ich wusste ja nicht, dass Miss Carraway so einen glühenden Verehrer und Bewunderer hatte. Naja, kannst du uns denn mit irgendwelchen Informationen weiterhelfen? Nein, bitte lassen Sie mich jetzt noch ein wenig alleine. Natürlich. Kommen Sie, Watson. Was? Ich brauche Infos, Leute. Infos. Aber die gibt es in der nächsten Folge bei The Lost Files of Sherlock Holmes in HD.